Und los! Er hätte mich doch jetzt erschießen sollen, oder? Hallo! Wenn ich da rauskomme, dann ist es ganz einfach, dann musst du... Ich bin Julian im Grüntal und ich bin 1,69 m groß. Meine Augen sind blau-grau. Ich komme aus Freiburg in Breisgau. Mein Englisch ist nicht zu schlecht, weil ich sechs Monate in den USA war, als ich 16 Jahre alt war. Ich habe auch gelernt, zu fahren und habe meine erste Auto verraten. Das ist hier auch so unoffendlich vorbereitet. Ich liebe Stockkampf, Schwertkampf und Fechten. Und arbeite selber auch als Choreograf. Ähm, bester Schwertzer Film ist für mich Höhenfeuer. be..... schreier Vielen Dank.